Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt hier? Ne, ne, Leute. Ich bin erst in 20 Minuten auf Harald. Harald. Ich mein's. Harald, ich mein's ernst. Was mach ich jetzt schon auf Sendung? Ne, Leute, das könnte nicht bringen. Ne, so geht's. Ne, also Harald. Harald, tu's nicht. Also, ne, Harald. Ich mein's toter Ernst. Ja, ich sag dir, wenn das irgendwo auf irgendeiner Internetseite landet, ja, oder so, das, dann rollen Köpfe hier, ja, dann fliegt der erste hier raus. Mach die Kamera, mach jetzt mal die Kamera aus hier, also ich mein's ernst. Hast du's ausgemacht? Gut. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Kann ich eigentlich wieder weglegen, ne? Oh, Harald, Harald hat's schon wieder angemacht. Harald, die versteh' ich nicht. Och, Harald. Ne, Harald, nee, Harald, das machen wir nicht mehr. Das ist jetzt rum. Mach jetzt endlich die blöde Kamera aus. Das ist typisch Harald. Immer 20 Minuten zu früh kommt er. Das ist überall so. Schule war es immer so. Ausbildung hier ist auch immer 20 Minuten zu früh. Wahrscheinlich bei seiner Frau genau kommt er auch 20 Minuten zu früh immer. Also nach Haus. Ich weiß nicht, was denkt die? Ist das genauso? Na ja, ist jetzt egal. Ich riech mich nicht auf. Mensch, Harald, jetzt hör doch mal auf, mich dauernd zu filmen. Das ist eigentlich ein Riesendaum hier. Ach, mein eigener. Harald, du bist ein Scherzkeks. Wo ist Herbert? Wo ist Herbert? Der Herbert, der muss noch kommen. Das Glas ist schon fast halb leer wieder. Der Herbert, der Herbert ist ja Produktionsleiter hier. Nee, du weißt nicht, wo er ist. Ja, wo ist Herbert? Das Schöne ist, die Leute hören nur mich. Die denken jetzt, ich bin der Verrückte, wenn der Seer Live irgendwo auf die Sendung kommt. Ist mir egal jetzt. Kommt der Wendelin heute nicht? Kommt der Wendelin heute nicht? Der muss mich heute schminken. Also, so gehe ich nicht auf die Bühne. Oh, Harald. Was machen wir mit dir? Die 17. Bärshow, ich weiß. Voll trottelig. Von Eiern aus Bodenhaltung. Heißt das nicht von Hühnern eher? Nee, Harald, ich esse ja morgen nichts. Ich mache jetzt hier keine Frühstücksszene für die Leute hier. Das macht die blöde Kamera aus. Ich sag's dir. Sehen wir noch an? Oder hast du es wieder ausgehabt? Ich fühle mich da die ganze Zeit. Ich glaub's nicht. Das ist ein Skandal, ist das? Nee, so was geht nicht. Wenn du jetzt noch den Zuschauern irgendwas Dummes zeigst, dann gibt's aber richtig Stress. Wie, du hast irgendwas Dummes für die gefunden? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Dann zeig mir doch mal, was du hast. Ja, das ist wieder typisch Harald. Ey, ohne Mist, ich kriege hier die... Ich kriege hier schon die Kretze. Ja, nee, mach die blöde Kamera in dich aus. Das reicht's aber wirklich, Harald. Wenn du jetzt immer noch filmst. Ausmachen, ausmachen, aber sofort. Du machst jetzt sofort die Kamera aus. Mach die blöde Kamera aus, Mann. Okay. Dieanja, der Borderlands schweigst Dupark.